Hallo, hier ist Ingo Niermann, ich bin Schriftsteller und habe aus meinem Roman Complete Love heraus gemeinsam mit Performern und Sexaktivisten die Army of Love entwickelt. Ziel der Army of Love ist die Mehrung und gerechte Umverteilung sinnlicher Liebe. In dieser Zeit der Corona-Krise ist viel von Nächstenliebe die Rede, aber was einsam jetzt eben auch fehlt, ist sinnliche Nähe. Und die zu geben, denken viele sei gerade einfach nicht möglich. Auch die Army of Love kann ihre organisierten Zusammenkünfte nicht mehr fortsetzen. Wir haben uns aber dann überlegt, dass man das auch auf andere Weise machen kann. Jede, jeder kann die Army of Love sein und ein paar einfache Übungen praktizieren ohne Ansteckungsgefahr. So wie man in der Aids-Krise ein Verständnis für Safe Sex entwickelt hat, so versuchen wir jetzt ein Verständnis für Safe Touch zu entwickeln. Anfangs mehrere Minuten lang Intensives sich anschauen. Das machen wir auch sonst so, nur jetzt mit etwas mehr Abstand. Die Teigrolle. Eine Massage für Narrensichere, man kann nicht viel falsch machen. Um ganz sicher geschützt zu sein, kann der Liegende den Kopf unter einem Handtuch verbergen. Zehen streicheln. Manche haben vielleicht schon den Fußschlag als Alternative zum Handschlag probiert. Auch in den Füßen haben wir sehr viel Gefühl und Beweglichkeit und die können wir trainieren. Gib mir deine Hand. Wir können uns sehr wohl auch die Hand geben. Mit weit ausgestreckten Armen sind wir weit genug voneinander entfernt. Nur sollten wir uns besser nicht anschauen. Die Übung besteht buchstäblich darin, dem anderen die Hand zu geben und damit machen zu lassen, was ihm ihr gefällt. Danach Desinfektionsmittel benutzen.